Im Spiel U-Boot habt ihr manchmal das Problem, dass ihr Wasser ins Schiff bekommt. Sei es, dass es regnet und man die Luke nicht zugemacht hat oder ihr Schäden am Schiff bekommt. Ganze Sektionen unter Wasser stehen oder halt hier so ein bisschen Wasser ist, so wie hier. Oder auch in anderen Sektionen, das sieht dann so aus. Und das Ganze bekommt man so weg, indem man diese Pumpe hier an der Seite aktiviert. Und ich habe mir da einen Wolf gesucht, deswegen mache ich da kurz ein Tutorial darüber. Diese Pumpe saugt im Prinzip aus allen Bereichen des Schiffes das Wasser ab, aber nur aus der Bilge, also hier in der Kommandozentrale, komplett. Das heißt, in den anderen Bereichen wird nur bis zu einem gewissen Grad das Wasser abgesaugt und bleibt dann, ja, bis zu einem gewissen Grad dann einfach dann auch stehen. Wenn man das Wasser dann komplett abgezogen hat, weil man sieht jetzt, es bleibt bei 1,1 Kubikmeter stehen, ist aber in der Bilge komplett abgesaugt, dann muss man hier diesen blauen Button drücken. Dann wird der Offizier, den man angewählt hat, angewiesen, mit dem Eimer quasi, ja, Wasser abzuschöpfen und in der Bilge, also in der Zentrale auszukippen, wo dann die Pumpe weiterhin das Wasser auch einfach abpumpt. So funktioniert das Ganze. Das heißt, man sieht jetzt hier, dass die Pumpe das dann weiter abpumpt. Ja, ich gehe jetzt hier nochmal gerade durch, die anderen Sektionen werden jetzt hier von uns auch geleert und dann sieht man, dass die Pumpe dort, ja, hier das restliche Wasser herauspumpt und dann tatsächlich alle Abteile komplett trocken ist, dann kann man sie ausschalten. Noch ein heißer Tipp, den ich jetzt am Rande noch erwähnen möchte, ist, stattet eure Engineers, beziehungsweise die Leute, die nachher auch Schäden reparieren, mit diesem Schnorchelsystem, also mit den Atemmasken aus und stattet die aus, bevor ihr in den Kampf zieht, weil das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, falls irgendeine Sektion mal komplett unter Wasser ist oder irgendetwas repariert werden muss, was unter Wasser ist, es ist sehr, sehr sinnvoll, dass sie diese Teile bereits in ihrem Inventory haben. Das Zeug könnt ihr an jeder Station, an jedem Haber dann auch kaufen, das sollten eure Engineers also auch haben. So, das soll es gewesen sein zu dem kurzen Tutorial. Ich verlinke unten noch die Playlist, es wird noch zwei, drei andere Videos zu dem Spiel geben, noch zwei, drei andere Tutorials, könnt ihr euch angucken. Also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute!